hallo meine lieben ist jetzt kurz nach 11 und ich bin seit neun stunden auf den beinen habe meinen ersten bisschen gegessen seit heute und gott war es gut seitdem habe ich wieder energie und kann jetzt reden heute war wieder schippen angesagt und gerade muss man irgendwie milch pipelines wechseln das war auch anstrengend schaumsehler reinfummeln und wie so ein socken da sind ja noch fest gesagt krampf war das kräftige unterahme bekommen wie nach dem klettern oder so was sag ich mal und natürlich noch mehr pause jetzt dadurch und so weiter und so fort mal gucken wo ich heute mein training einbauen werde ich favorisiere zu einem abend dann mal gucken wir einfach ein bisschen wenig schlafen so halt mich selber verlaufen bin gespannt wie sowas nicht aufwarten lassen weil ich meine stunde mehr gearbeitet weniger bezahlt bekommen warum warum egal ist der hand ist jetzt 20 vor 7 uhr abends oder so schicht gerade vollendet schicht gerade vollendet und jetzt wird ein bisschen sei gesprungen noch ein bisschen mit den sliding pads drin gearbeitet oder ich mal ein bisschen was mir rücken werden wir sehen auf jeden fall aktiv sein war haben vorgenommen aus dem der kochte drin muss noch kochen was soll klar schon drin bleiben das sind nur vorteile wir sehen uns